Ich habe ja lang überlegt, ob ich mir bei dem Lümmel doch noch was kaufen soll. Und ich habe es gemacht. Ja, was habe ich mir denn nun gekauft? Ich habe tatsächlich, ähm, ne, nicht da in der Verwaltung, ich habe tatsächlich hier am Weihnachtsmarkt doch nochmal zugeschlagen, wie im Livestream auch schon zu sehen war. Ich habe mir tatsächlich nochmal dieses Gerät gegönnt. Und, äh, habe jetzt hier quasi diese feine, kleine, leichte Spinning-Route und werde mir irgendwann mal noch dazu eine passende Rolle holen. Wahrscheinlich so eine Overlord im, äh, 2000er-Bereich mit einer sehr hohen Bremskraft. Keine Ahnung, wie war die, 8 Kilo, 9 Kilo Bremskraft oder sowas. Ähm, hat aber alles noch Zeit, hat gerade keine Prio bei mir. Ich habe mir aber erstmal schon mal für relativ sparsame 1500, 1600 die Route vom Weihnachtsmarkt geholt. Was ich habe, das habe ich. Übrigens auch die Haselnussroute einmal reicht mir völlig. Ich habe noch ein paar andere Stippen rumliegen. Stippen mache ich eh nicht so viel. Aber die Haselnussroute ist ein gutes Ding. Äh, gute Qualität, gute Tragfähigkeit. 6,5 Kilo in der Preislage kriegt man sonst auch nicht. Das heißt, wenn ihr Stippen Main macht oder einen Schwerpunkt drauf legt, gönnt euch das Ding. Lohnt sich. Ähm, dann hatte ich lange überlegt. Ja, übrigens hier mit den, mit den Schnüren gab es auch eine gute Diskussion im Live-Chat. Schnüre tatsächlich echt dick. Das heißt, die muss man auch erstmal draufkriegen. Ich hatte mir hier nochmal die Monos geholt. Ähm, die kann man halt ganz gut noch verwenden. Auch vielleicht fürs Stippen zum Beispiel in den verschiedenen Stärken ist das halt ganz gut. Aber ansonsten da nichts weiter. Und dann war halt die große Überlegung, gönne ich mir hier die Saal 5000 oder nicht. Mit einer wahnsinnigen Getriebekraft oder Haltbarkeit von, von über 100. Ähm, ist das natürlich auch ein Monstergerät. Und ja, wäre ich jetzt in der Situation, dass ich gerade in dem Bereich wäre, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt dringend irgendetwas wie diese Baitcast, dann würde ich glaube ich zuschlagen. Wurfgewicht ab 11 Gramm ist super. 18,5 Kilo Bremskraft ist top. Ähm, super robustes Gerät. Und das auch zu diesem wirklich guten Preis. Also das lohnt sich schon. Warum habe ich sie mir nicht gekauft? Tja, ich habe quasi so etwas. Ich habe die Stilness auch schon seit Jahren. Und ich nutze diese Stilness ähm, eigentlich nur fürs Hechtangeln. Das ist meine Rolle fürs Hechtangeln. Und weil ich eben nur Hechtangeln damit mache, habe ich mir gedacht, nee, Alden, nochmal 8000 ausgeben für eine minimale Verbesserung machen wir nicht. Wenn wir hier in die Details reingehen. 17,5 Kilo Tragfähigkeit, Wurfgewicht 15,5. Da könnte man natürlich nochmal ein bisschen feiner mit ran. Und man könnte das Ganze natürlich auch noch ein bisschen pimpen. Und das machen wir jetzt. Zack, ran da. Wir gehen in die Werkstatt und pimpen die Stilness Alden. So, ab an die Rolle. Da ist sie. Und wir sehen ja, richtig geil gemacht. Das neue Werkstattmenüfenster. Und alle Komponenten, die wir jetzt eben auch schon austauschen können. Hier schön Stück für Stück alles aufgelistet. Das ist geil. Wir haben jetzt hier eben nochmal die Basics. Also 17,5 und 15 Wurfgewicht. 6000er Spule und so weiter und so weiter. Getriebe hat gerade einen kleinen Verschleiß. Könnte ich reparieren. Kost gerade 700. Spare ich mir gerade. Bei 15% Verschleiß repariere ich noch nicht. Ich gehe erst in die Reparatur bei 40 plus. Also ich gehe halt mittlerweile richtig hart rein in den Verschleiß. Das zählt für alle Komponenten. Am wenigsten allerdings für die Bremse, muss ich sagen. Denn wenn die Bremskraft doch so deutlich nachlässt, 30%, 40%, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr, dicke Brocken zu ziehen. Dann haut dir der Fisch halt einfach ständig ab. Deswegen gehe ich bei der Bremse vielleicht schon mal eher rein in die Reparatur. Da versuchen wir aber auch gleich das Gerät auch noch weiter zu pimpen, dass wir da weniger Verschleiß haben und noch mehr Fische rausziehen können. Also fangen wir mal an. Wir gehen mal rein hier ins Kugellager. Kugellager. Und da haben wir natürlich hier jetzt schon mal eine ganz große Auswahl. Bei den Kugellagern ist es so, wir haben hier verschiedenste Bereiche beziehungsweise verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zum Teil haben wir hier Kugellager mit speziellem Korrosionsschutz, die eben dann auch noch mal für das Seeangeln geeignet sind, also für das Salzwasserangeln. Und zum Teil eben welche, die eben aus Keramik sind und sehr weich und sehr leicht laufen und dadurch eben auch wenig Verschleiß haben. Von den Qualitäten her sind die alle schon sehr gut. Ich meine, es ist auch eine sehr gute Rolle. Das heißt, da sind wir natürlich wirklich in einem hochwertigen Bereich unterwegs. Das Teil ist natürlich auch hier sahnemäßig mit 5 Sternen. Aber wir beschränken uns natürlich auf Silberkauf only. Und dementsprechend bleibt mir im Moment am ehesten dieses hier, dieses Kugellager eigentlich übrig. Gucken wir mal eben rein, bla bla bla, Keramikserie, die hohe Präzision der Herstellung und die verwendeten Materialien ermöglichten es, eine maximale Rotationsleistung zu erzielen, was ich positiv auf die Reichweite und Genauigkeit. Also maximale Rotationsleistung war für mich somit das Triggerwort, denn wir sind ja im Baitcast-Bereich. Die Rotation herrscht ja beim Auswerfen und beim Einkurbeln. Daher ja auch der hohe Verschleiß vom Öl. Das heißt, wir ballern halt raus und die Spule dreht sich, anders als bei der Stationärrolle. Und beim Einkurbeln haben wir halt wieder diese Rotation. Daher für mich die Komponente Nummer 1 für die Baitcast, für die Steelness. So, kommen wir dann als nächstes zur Bremse. Gucken wir mal rein. Da haben wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Zwei Stück, Original und ein bisschen was Besseres, ein Sternchen mehr. Und wir haben ein halbes Kilo mehr Bremskraft, denn auch hier sind wir jetzt bei 18 Kilo, ähnlich wie bei der Saal. Also, herangenommen, eingestellt und wir haben hier die nächste Komponente. Ja, dann könnten wir hier wieder was auswählen, was wir uns halt wirklich auch gut überlegen müssen. Rollen oder die Spulen sozusagen, Tja, die verändern das Fassungsvermögen ja von unserer Rolle. Und da müssen wir halt gucken, wollen wir das oder nicht. Ich nehme mal hier so eine knallrote gerade, klatsch die mal hier drauf. Hier sieht man es jetzt, sofort geändert. Aber auch hier oben sehen wir jetzt von den Komponenten deutlich weniger Fassungsvermögen. Und das wollen wir ja nicht. Wenn wir das rausnehmen, sind wir hier bei der 0,25er, bei 290 Meter. Nehmen wir jetzt mal hier die blaue. Und jetzt sind wir auf einmal nur noch bei 180 Meter. Hm. Das Wurfgewicht ändert sich natürlich drastisch. Das heißt, wir können hier von diesem 14 Gramm Wurfgewicht können wir dann auf einmal runtergehen und können aus unserer dicken, fetten Rolle sozusagen auf einmal eine ganz leichte Rolle machen mit einem Wurfgewicht ab 7,5 Gramm. Das ist natürlich sexy. Das heißt, wenn wir hier eine äußerst dünne Schnur drauf haben, die vielleicht hier sogar noch drunter liegt und dann wieder ausreichend Schnur quasi zur Verfügung haben da drauf, dann ist sowas natürlich eine interessante Komponente. Ich nutze das Gerät allerdings halt mit einem hohen Wurfgewicht fürs Hechtangeln. Also für mich kommt das nicht in Frage. Wenn ihr eine dicke, fette Rolle habt und ihr sagt, ach komm, ich würde die gerne vielleicht eher jetzt für Spinning am Yama oder sowas nutzen, dann macht sowas vielleicht natürlich Sinn. Dann vielleicht eher gucken, wie viel oder welche Schnurstärke verwende ich, wie viel würde drauf passen, reicht mir das hier an Metern und dann dementsprechend einfach umbauen und dann hat man da eine fantastische Rolle mit wahnsinnig viel Bremskraft und Top-Leistung eben auch durch die bessere Rolle hier. Also weg damit, ich bleibe beim Original. Ich brauche hier ordentlich viel Schnur drauf. Wenn da mal so ein dicker, fetter 18er, 20er, 22er Hecht reinballert, dann soll das Ding auch genug Schnur halten und Wurfgewicht, wie gesagt, ist bei den Jerks eh kein Problem. Kommen wir zu der wichtigsten Komponente mittlerweile oder ist vielleicht ganz übertrieben, aber zu einer sehr wichtigen Komponente, die verschiedenen Öle. Bei den ganzen verschiedenen Ölen einfach, ich sag mal, man muss sich da vielleicht ein bisschen reinlesen, es gibt ganz viele Öle einfach von den Originals, also von den Original Beluga oder, 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 hier von Fontama und so weiter, das sind die Original-Standardöle, Sputnik-Öl, da steht auch übrigens immer nicht so viel Infos mit dabei. Die besonderen Öle sind zum Beispiel Ette hier und das, das, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es das hier wird, also das wäre halt eins, was schon eben auch, hier steht es auch mit drin, speziell für Baitcast entwickelt wurde. Also einfach mal reingucken in die Öle, in die Infotexte, man sieht eigentlich auch, worauf es da ankommt. Es wurde speziell für Mikrolager und Lager aus Keramik hergestellt, haben wir ja jetzt ja gerade ausgewechselt, wir haben jetzt quasi Keramik drin. Öl hat eine niedrige Viskosität, also es fließt schneller und trägt effektiv zur Schmierung der Komponenten des Spulenmechanismus bei. Spule auch wieder wichtig, denn wir haben ja ständig beim Baitcast Spulenverschleiß sozusagen, beziehungsweise Spulenaktivität. Was eine perfekte Rotation gewährleistet und die Wurfweiten von Baitcast-Rollen, für meinen Fall gerade nicht so wichtig, ich weife meist so 50% auch nur so aus, aber wie gesagt, da ist es eben wichtig für Baitcast. Also das Ding habe ich absolut im Fokus und ich gucke gerade nochmal, ob es da nicht noch ein anderes Öl gibt. Ja und wenn wir dann hier weiter reinschauen, sehen wir auch schon, wir haben hier natürlich nochmal verschiedene Öle, perfekt für leichte Hochgeschwindigkeitsspulen, also da sind wir eher dann bei den leichten Rollen unterwegs, das wäre nochmal universal. Hier bei diesen STAB, da kommen wir, das sind diese vier Stück, eher auch in dem Bereich schon von den, vielleicht von den Konventionalrollen, die schreiben auch hier nochmal rein, perfekt für Power-Spulen, einschließlich Meeres-Multi-Rollen, also da haben wir vielleicht in Zukunft nochmal was, oder wenn man jetzt vielleicht schon, ja, ich sag mal, Meeresangeln haben wir eh nicht, aber wenn man jetzt vielleicht schon hart am Drillen ist und die ganzen dicken Brocken rausziehen will, dann ist das für die ganz schweren Rollen wahrscheinlich hier eher das geeignete. Auch hier nochmal eine hohe Viskosität empfohlen für Leistungsspulen, hier waren glaube ich die mittleren, genau, aber eben auch hier, auch eher diese Hochgeschwindigkeitsspulen, Hochgeschwindigkeitsspulen, ich denke, in dem Bereich bin ich mit der Rolle nicht unterwegs, auch hier, das sind nochmal richtig schön ausgewogene Öle, einmal Balancing, Dynamic, wobei ich die auch, na, vielleicht tendenziell auch eher bei den Stationärrollen sehe, genau, Spulenmechanismus an sich, auch wieder mit drin, hohe Viskosität und für kräftige Spulen geeignet. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Vom Gefühl her bin ich momentan am ehesten hier und das werde ich natürlich jetzt erstmal ausgiebig testen und dann auch damit schön die Brocken ziehen, weil eben auch hier Baitcast speziell nochmal drin beschrieben wurde und als nächstes werde ich mir mal die STAB-Stabdinger hier alle anschauen und da vielleicht auch nochmal in diese Hochleistungsöle gehen, wobei das halt auch nicht wirklich, ich meine, wenn es an so ein Hecht reingeht, hier stehen auch noch diese Komponenten oder diese Punkte, hitzebeständig, passiert eben, wenn man halt die Bremse hart am Limit fährt und wenn da wirklich viel abgezogen ist. Ich denke, das ist eher vielleicht so fürs Wälzpumpen oder solche Sachen, wenn man da hohe Reibung hat und hohe Temperaturen entstehen. Von daher bleibe ich gerade erstmal bei der Cosmic Zero Gravity, bei dem Öl. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Komponenten hier ausgetauscht. Das ist es. Das Ganze ist auch nicht ganz billig, kostet 1500, aber es ist deutlich billiger als eine frische Saal mir zu kaufen und von daher habe ich jetzt quasi mit 1500 habe ich jetzt eine 18 Kilo Bremskraft quasi neue Rolle, rund erneuert. Ich meine, ich könnte jetzt das Getriebe nochmal, aber wie gesagt, das hatten wir ja schon, das hat noch ein bisschen Zeit und die Spule hat genauso Zeit. Also das werden wir jetzt erstmal so machen. Kratsching! Die ganze, die Rolle, die sehen wir ja jetzt erstmal für fünf Tage nicht. Ich hatte vorhin schon das schon gemacht mit der Laceati, die ist hier auch noch drin. Und hier haben wir jetzt die Info. Hockt der wirklich auch noch davor. Fünf Tage jetzt in der Werkstatt, fünf Tage 21 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt erstmal in-game fünf Tage Zeit, bis ich das Ding hier wieder abholen kann vom Volchow. Bis dahin gehe ich stippen. Alden. Oder auch nicht. Petrie Lümmels, wenn das Ganze ein bisschen geholfen hat, gerne einen Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video und vielleicht auch mal runterschreiben, welche Öle du bisher schon getestet hast. Das hilft. Dankeschön dafür. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petrie. Bis zum nächsten Mal.